Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Vision Pro. Apple verleiht Personas mit neuer Funktion mehr Räumlichkeit. Vision Pro. Apples innovative Funktion verleiht digitalen Personas mehr räumliche Dimension. Veröffentlicht am 2.4.2024. Von Anita Farke, freie Journalistin. In einer neuerlichen Innovation hat Apple seine Vision Pro-Technologie eingeführt, die Personas in der digitalen Welt eine noch nie dagewesene Räumlichkeit verleiht. Anwendungen reichen von der Verbesserung von VR-Erlebnissen bis hin zur Neugestaltung der Interaktion mit personalisierten digitalen Assistenten. Apples bahnbrechende Innovation. Die Vision Pro-Technologie, die heute erstmalig von Apple vorgestellt wurde, ermöglicht digitalen Avataren und assistiven Technologien, eine erhöhte Präsenz in räumlichen Umgebungen. Es handelt sich dabei um eine Verbesserung in der Ausgabe von künstlicher Intelligenz, die Nutzererfahrungen revolutionieren könnte. Die Vision Pro-Technologie verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Position und Bewegungen von digitaler Realität-Avataren oder assistierenden digitalen Persönlichkeiten in Echtzeit zu interpretieren. Das ermöglicht eine fließendere und realitätsgetreuere Interaktion mit der digitalen Umwelt, sowohl in Bezug auf visuelle als auch haptische Erfahrungen. Verbesserungen durch Vision Pro-Experten der Branche bewerten die Einführung von Apples Vision Pro-Technologie als entscheidenden Schritt nach vorn. AV-Systeme, VR-Spiele und digitale Assistenten können nun realistischer und benutzerfreundlicher gestaltet werden. Es ist eine aufregende Entwicklung, sagt Dr. Nick Bostrom, ein Experte für künstliche Intelligenz an der Universität Oxford. Dies könnte den Grundstein für die nächste Generation von AV- und VR-Technologien legen und gleichzeitig eine größere Chance für die Integration künstlicher Intelligenz in unseren Alltag bieten. Zukunft der AR- und VR-Technologie Die Einführung der Vision Pro-Technologie durch Apple könnte möglicherweise die Landschaft der Augmented- und Virtual-Reality-Industrie grundlegend verändern. Durch die Implementierung realistischere Darstellungen und Interaktionen könnten digitale Erlebnisse realistischer und letztlich attraktiver für die breite Masse der Verbraucher gemacht werden. Wird Apple es schaffen, die Vision Pro-Technologie erfolgreich zu integrieren und zu vermarkten? Nur die Zukunft wird es zeigen. Fest steht aber schon jetzt, dass die Innovation hohe Wellen in der Technologiebranche schlägt und die Art, wie wir die digitale Welt wahrnehmen und interagieren, fundamental verändern könnte. Quellen Dr. Nick Bostrom, Universität Oxford Zugriff am 2.04.2024 durch www.conc.news.com Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Zuhören wir uns zu unterstützen wo wir jetzt alle